Das geht doch jetzt nur über Kabel, oder? Ja, also jetzt in der ersten Version. Also du brauchst auch meine eigene App noch momentan dafür. Ja, echt gut. Jetzt lädt es kurz. So, und jetzt ist er da. Jetzt ist er genau wie im iPhone. So, das ist wirklich schnell. Zum Beispiel ein Foto. Komm schon. Das ist gut. Das geht 1 zu 1, oder? Das ist jetzt eigentlich verbunden. Später soll das auch synchronisiert werden. Und dann geht es auch so gut. Ja, das ist geil. Und das war ja. Warte mal, ja. Das geht jetzt mit dem... Ja, das geht jetzt mit dem... 1 zu 1, oder? Okay. Wow. Cool.